Wer sind Sie? Ich hab mein ganzes Leben im Club mitverbracht. Ich bin Tridon. Tridon? Aus dem Club mit. Du hast doch sicher ein Plätzchen für deinen kleinen Bruder. Halt, Bruder. Ah, noch besser, dann brauch ich nur die Hälfte. Ich suche die Liebe meines Lebens, als ich acht war. Violett. Also kann ich hier schlafen? Ja! Ich wusste es, ich wusste es, du lässt mich nicht hegen. Aber wir sollten dich dringend zurecht machen, du bist schließlich keine Acht mehr. Guck dich an, fast wie ein Chapelle. Ein was? Hier. Sehe ich etwa so aus? Ja. Sowas! Ich sehe doch überhaupt nicht ähnlich. Wie du ja ähnlich siehst. Du sagst dir, du bist verheiratet, hast Kinder, dass euer Wiedersehen ein großer Fehler ist und dass dein Leben dort unten ist im Club mit. Zuerst mal heißt du nicht Roxanne, du heißt Violett. Okay, ich heiße Violett. Sehr gut. Roxanne? Ja? Schon vergessen, du hast Violett? Ja, okay. Pardon? Okay, also. Entspann dich, Schatz. Nein, ich sitze zu tief in der Scheiße, um mich zu entspannen. Oh, mein armer Louis. Und du? Heißt du noch Louis? Aber natürlich... Oh Mann, was ein Scherz. Ich komme mir vor wie in einem Spionagefilm. Ich liebe es. Es ist so aufregend. Oh, ich bin so glücklich. Nach so vielen Jahren... Was ist das für ein Akzent? ...hab ich endlich die Liebe meines Lebens wiedergefunden. Fridon! Nein, Fridon nicht Fridon. Fridon ist die Zahnpasta. Sieh ihn dir genau an, damit du ihn wiedererkehst. Du dich... Will ich ihn genau ansehen oder mich ducken? Zack, still! Ich habe eine Überraschung für dich. Sieh mal, wen ich gefunden habe. Mein Fridon! Nein! Oh, mein Trie... Mein Trim... Trimaron... Tiran... Oh, da steckt Trie drin, aber ich... Das ist so lange her. Tridon. Oh, Tridon! Klar, pardon. Das ist die Freude, ihn wiederzusehen. Oh, Violet! Das ist die Freude, ihn wiederzusehen.